Hallo, ich bin's wieder, euer Daniel, und heute begrüße ich euch aus der Arena von Amidia in Andalusien. Das war der Schauplatz des Wettkampfes Blindes Fußballspiel. Und ich zeige euch heute für die Kategorie Ausdauer einfach mal verschiedene Varianten vom Seilspringen. Und in diesem Bereich findet auch ein Wettkampf im Seilspringen statt. Seilspringen ist eine hervorragende Ausdauerübung. Und ich zeige euch jetzt zehn verschiedene Varianten des Seilspringens. Ganz einfach nachzumachen und mit ein bisschen Übung steigert man sich und dann schafft man das Ganze auch. Viel Spaß damit! Und ich zeige euch jetzt einmal diesten Wirkung. Also, ich zeige euch jetzt mal aus. In worship der Mappelkampf, die wir jetzt mal des Seilspringen hervorragend haben. Hier ist es ein Team von Amidia. Und ich zeige euch jetzt mal aus. Und ich zeige euch jetzt mal aus. Und ich zeige euch jetzt mal aus. Ich zeige euch jetzt mal aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Für ein intensives Workout empfehle ich, jede Station ungefähr zwei Minuten lang durchzuhalten. Ihr könnt es komplett durchziehen, dann habt ihr ein 20 Minuten Workout. Oder ihr macht nach jeder Station ungefähr 30 bis 60 Sekunden Pause. Wenn es euch gefallen hat, liked mich, abonniert mich und ich zeige euch zum Schluss jetzt noch ein paar Variationen, weil mit den Armen muss man auch abwechseln. Also, weiter geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020